Drittens, die Steuerzahler dürfen nicht länger für das Missmanagement haften. Und dieses Missmanagement hat doch einen Namen. Hypo Real Estate. 55 Milliarden Buchungsfehler. Also ich war ja mal Schatzmeister, ein Kreisschatzmeister, der 1000 Euro falsch bucht. Na, der hat es aber richtig schwer. Und hier 55 Milliarden und es ist keine personellen Schlussfolgerungen. Das geht alles so weiter. Das müssen wir doch den Menschen immer wieder deutlich sagen, dass das in Deutschland alles möglich ist, ohne dass irgendeine Schlussfolgerung gezogen wird. Deshalb, das darf nicht so weitergehen. Und zuletzt, es muss Schluss sein damit, dass die Gewinne privatisiert werden und die Verluste sozialisiert werden. Ich höre immer diesen Satz, Geld arbeitet. Nee, Geld arbeitet nicht. Ich habe schon so lange zwei Fünfzehner nebeneinander gelegt. Das wird nicht mehr. Das wird nicht mehr. Geld arbeitet nicht. Es wird immer noch in der Produktion werden die Werte erzeugt. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir hier regulieren. Die Banken müssen zurückgeführt werden auf ihren Ursprung, auf Zahlungsverkehr, auf Finanzierung, zum Beispiel von kleinen und mittleren Unternehmen und auch für die Ersparnisbildung. Wenn wir da hinkommen, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist diese Finanzmarktkrise allerdings nicht kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum wirklich auch bewältigbar. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke hat ein neues Parteiprogramm beschlossen und ich will die Gelegenheit nutzen, auch da und zu den Folgen ein bisschen was dazu sagen. Karin hat dazu gesprochen, Rico hat gesagt, 97 Prozent, das ist ein großer Erfolg. Ja, ich sehe das auch so. Der Parteitag war erfolgreich und es war sehr gut, dass wir das in dieser Größenordnung angenommen haben. Es gibt ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach dem letzten Jahr nach Geschlossenheit in der Linken und ich glaube, dass das auch gut ist. Und ich werbe auch hier dafür, denn es gibt zum Programm einen Mitgliederentscheid, will ich ausdrücklich sagen, dass dieser Mitgliederentscheid nicht etwas ist, was pro forma gemacht wird, sondern dass wir dort um eine hohe Beteiligung und um eine hohe Zustimmung kämpfen. Das ist nämlich wirklich gut. Aber das Parteiprogramm ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für unseren Erfolg. Wir müssen erreichen, wir müssen mehr erreichen, dass uns die Menschen wieder zuhören. Unser Programm ist nicht immer deckungsgleich, um das Zurückhalten zu sagen, mit dem Lebensalltag der Menschen. Das ist kein Problem. Aber unsere Aufgabe ist es, hier wirklich jetzt zu übersetzen. Und da gilt das Wort vom alten Engels, jeder Schritt wirkliche Bewegung ist wichtiger als 100 Programme. Und das ist unser Auftrag, den wir danach Erfurt mitnehmen müssen. Und ich will da aus Zeitgründen nur eine Leseempfehlung geben. Die Leseempfehlung ist, Dieter Klein hat ein kurzes, sehr, sehr gutes Werk geschrieben, meines Erachtens. Nachdenken über eine zeitgemäße Erzählung der Linken. Das ist lebensnäher. Lest es vielleicht mal durch. Es soll eine Anregung sein. Aber ich will auch eines ganz, ganz deutlich sagen. Ich glaube, dass die programmatische Frage eine ist, aber dass die strategische Frage, Rico hat das heute formuliert, für uns eine enorm wichtige ist. Und ich bin der Auffassung, dass es meines Erachtens nicht geht, in die Position zu kommen, wir gegen alle. Ich bin der Auffassung, dass wir Alleinstellungsmerkmale brauchen. Je mehr, desto besser. Aber wir müssen auch Lernfähigkeit dokumentieren. Und wir müssen das auch anderen zugestehen, dass sie lernfähig sind. Und für mich sind eben CDU, CSU, FDP nicht gleich mit FDP und Grünen. Wir müssen diese Differenzierung sehr wohl annehmen. Und ich weiß, wer für die Agenda 2010 zuständig ist. Ich weiß, wer Hartz IV eingeführt hat. Ich weiß, wer die deutschen Soldaten in den Afghanistan-Krieg geführt hat. Das weiß ich alles. Und trotzdem bleibt es, dass wir, wenn wir kooperationsfähig sind, dann können wir natürlich auch Dinge, die vernünftig sind, unterstützen. Und das passiert doch ganz normal in allen Kommunen. Das passiert doch in vielen Ländern. Und mir muss mal einer erklären, wie der Ansatz, den Rico hier dargestellt hat, denn möglich werden soll, ohne Kooperation, außerparlamentarisch, mit Gewerkschaften, aber eben auch mit anderen politischen Kräften. Das brauchen wir, damit wir auch hier zu einer Veränderung kommen können. Ja, trotz des erfolgreichen Parteitages war das Jahr 2011 kein erfolgreiches Jahr für die Linke, liebe Genossen und Genossen. Es ist so, dass unser politischer Einfluss nachweisbar zurückgegangen ist. Wir haben keine parlamentarische Vertretung bis 2016 im Südwesten. Wir haben leider die Regierungsbeteiligung in Berlin verloren. Das ist ein großer Verlust, weil die Hauptstadt natürlich in ganz anderer Weise aus auch ausstrahlt. Und zwar in die Bundesrepublik Alt wie auch in die neuen Länder. Das ist für uns wirklich ein Verlust. Und wir haben auch sehr bescheidene Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen und Hessen gehabt. Viele sind dann Einzelvertreter in Kommunalparlamenten. Hat den Vorzug, kann man sich nicht spalten, aber hat vor allen Dingen viele Nachteile. Hat sehr, sehr viele Nachteile, weil man allein wirklich auf weiter Flur es ganz, ganz schwer hat zu kämpfen. Unsere Mitgliederentwicklung ist leider nicht positiv. Wir sind wieder bei 70.000 und wir sind leider in den gesellschaftlichen Debatten zu wenig präsent. Karin hat zur Begrüßung darauf hingewiesen, dass wir viele Diskussionen führen, die weniger sinnvoll sind. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Deswegen, ich kürze das alles ab. Meines Erachtens, liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen einen neuen Aufbruch für die Linke. Wir müssen innerparteilich diesen Aufbruch vor allen Dingen so gestalten, dass unsere Mitgliedschaft wieder in ganz anderer Weise auch in Entscheidungen einbezogen ist. Es sind nicht nur die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und diejenigen, die in Wahlkämpfen unsere Positionen verteilen. Und gleiche Wertorientierungen sind wichtig in einer Partei, aber wir müssen sehr wohl auch den Vorzug einer Mitgliedschaft gegenüber einer Nicht-Mitgliedschaft leben. Und das muss irgendwo deutlich werden. Deswegen will ich vielleicht mal den Vorschlag unterbreiten, dass wir bei Listenentscheidungen, zum Beispiel bei Kommunalparlamenten, aber vielleicht auch bei Landes- und auf Bundesebene Parlamenten, die Mitglieder befragen. Das ist doch gar nicht so eine ganz schlechte Idee, wenn wir sie in dieser Form zumindest einbeziehen. Oder, dass wir für jedes Mitglied die Chance der politischen Kommunikation, sprich jeder, der möchte und jede, die möchte, bekommt einen Internetanschluss. Das wäre ein Ziel, das würde im Übrigen Mitgliederentscheide enorm verbilligen. Das mal nur als kleinen Aspekt, als ehemaliger Schatzmeister. Und selbstverständlich brauchen wir auch ein Klima, da hat Rico darauf hingewiesen, was wirklich Offenheit in den Debatten bei uns symbolisiert und signalisiert. Wir brauchen diese Offenheit. Ich war zu lange in einer Partei, die immer alles gewusst hatte, die immer alles Recht hatte. Ich will nie wieder in einer Partei sein, die alles weiß und immer Recht hat. Das, glaube ich, müssen wir als Linke unbedingt ausstrahlen. Mir gefällt da sehr, was der italienische Linkspolitiker Niki Vendola gesagt hat. Der hat formuliert, die alte radikale Linke hat sich genauso überlebt wie die reformistische. Was ich will, ist eine neue, postideologische, pluralistische, populäre Linke, die sich vor allem auf das Neue, auf die Jungen und ihre Sprache einlässt. Das, liebe Genossinnen und Genossen, könnte eben wirklich auch für uns ein Leitspruch werden. Wir müssen den Übergang von der antineoliberalen Sammlungsbewegung, was wir waren, hin zur modernen linken Partei schaffen. Das steht vor uns in den nächsten Tagen und Wochen. Und deswegen ist Sachsen natürlich auch in einer besonderen Rolle. Nicht, weil ich hier bin, sondern weil ihr der Landesverband mit den meisten Mitgliedern seid. Weil ihr vor der Herausforderung steht, hier wirklich endlich die CDU-Herrschaft zu brechen. Und die Möglichkeiten sind natürlich im Moment so gut wie noch nie. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber da muss man jetzt beginnen, a, das auszustrahlen, dass man das will, b, die Voraussetzungen zu schaffen und drittens dann auch die Angriffslust zu entwickeln, dass wir das schaffen können, liebe Genossinnen und Genossen. Die reale Machtperspektive ist wichtig. Und dafür ist es im Übrigen auch notwendig, das ist jetzt fast der letzte Satz, dass wir uns sowohl nach dem beschlossenen Programm strategisch positionieren mit Blick auf die Bundestagswahlen, dass wir Themen, nicht Themenflut, sondern einzelne Themen konzentriert über lange Zeit verfolgen und dass wir uns dann auch mit Blick auf 2013 so aufstellen, auch personell, dass wir wieder gewinnen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank.